Lobt Jesus, gebt ihm alle Anbetung und alle Ehre. Er ist der Heiler. Genau, er ist der Heiler. Ich war gestern echt fasziniert. Während ich im Gebet war und mich auf die heutige Predigt vorbereitete, musste ich daran denken, dass das letzte Wunder, das er vor seiner Festnahme vollbrachte, ausgerechnet einem der Männer galt, die kamen, um ihn zu verhaften. Sie kamen mit Stöcken und Schwertern in den Garten Gethsemane, um Jesus festzunehmen und wegzuführen. Und Jesus sagte, warum all die Waffen? Im Tempel war ich offen bei euch. Ich habe mich nie gewehrt. Und jetzt? Denkt dran, Petrus hatte ja auch ein Schwert dabei. Hat wohl zu viele Kung-Fu-Filme gesehen. Und zack zog er es. Er zielte wohl auf den Kopf des Mannes. Er wollte ihn enttaubten. In einem hitzigen Moment der Leidenschaft und Liebe zum Herrn wollte er den Mann tatsächlich enttaubten. Stell dir vor, der Mann musste sich blitzschnell wegducken. Deshalb schnitt Petrus ihm nur das Ohr ab. Ich glaube nicht, dass Petrus so senkrecht geschlagen hat, sondern eher waagerecht. Und der Mann hat sich seitlich weggeduckt. Und dann? Jesus hebt das abgetrennte Ohr auf und heftet es wieder an. Stell dir diesen Mann vor. Er war wahrscheinlich völlig verwirrt zurückgeblieben und dachte, warum verhafte ich überhaupt diesen Mann? Seine Wunde war vollständig geheilt. Den Rest seines Lebens wird er sich daran erinnern, was der Herr für ihn getan hat. Als er alt war, konnte er vielleicht mit dem einen Ohr nicht mehr gut hören, aber mit dem hier schon. Er wird immer daran gedacht haben. Aber was mich wirklich nachdenklich gemacht hat, nach seiner Auferstehung verbrachte Jesus nicht mehr solche Heilungs- und Befreiungswunder. Klar, da war der wunderbare Fischfang, aber keine Heilungen und Befreiungen mehr. Ich habe mich gefragt, warum das so ist. Der Herr antwortete mir, nach meiner Auferstehung gab ich meiner Gemeinde die Vollmacht. Er sagte, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und zu seinen Jüngern meinte er, geht jetzt und handelt. Dieses Jetzt steht genau dafür, dass alle Macht bei Jesus liegt. Geht jetzt und handelt. Das heißt, er hat uns die Vollmacht gegeben, seine Botschaft weiterzutragen. In Markus 16 steht, Und durch die, die glauben, werden diese Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Er hat uns also diese Vollmacht gegeben. Wenn wir nicht für die Kranken beten, dann bleiben sie krank. Nur zu hoffen bringt nichts. Wir sollten nicht nur zu Gott beten und bitten, sondern auch handeln. Denn er hat uns die Kraft dazu gegeben. Stell dir vor, du siehst einen Verkehrspolizisten, der unsicher seine Zentrale anruft. Was mache ich jetzt? Ein Dreitonner kommt direkt auf mich zu. Er wäre schnell seinen Job los, oder? Nutze doch deine Autorität. Hebe die Hand. Dir wurde Vollmacht gegeben. Es ist egal, ob du groß oder klein bist. Es geht nicht um deine Statur oder deinen Status. Es geht darum, zu wem du gehörst und wen du repräsentierst. Er sollte also einfach die Hand heben und Halt sagen, oder? Siehst du all den Unsinn in der Welt, besonders in deiner Familie oder bei Menschen, die dir nahestehen? Nutze deine Autorität im Namen von Jesus. Es ist bemerkenswert, dass heute keiner mehr über Dämonen reden will. Man sagt dann, jemand hat psychische Probleme. Aber wenn jemand meint, er sei zwei Personen zugleich, dann ist das für mich ein geistliches Problem. Sieh es, wie du willst. Eine Person sagt, ich bin Paul, die andere, ich bin Peter. Das passt nicht zusammen. Einer von ihnen muss weichen. Wenn du jede Nacht denselben Albtraum hast, dann versucht offensichtlich ein böser Geist, dich zu quälen. Seine Absicht ist immer zu schaden, zu verletzen, zu zerstören. Jesus hat gesagt, der Teufel will nur stehlen, töten und zerstören. Aber auch, ich bin gekommen, damit ihr Leben in Fülle habt. Wir bewegen uns gerade in eine bestimmte Richtung. Ich sehe, was der Herr gerade in unserer Gemeinde bewirkt. Er führt uns, lehrt uns. Er wünscht sich, dass wir ein langes, gesundes Leben führen. Dass unsere Seelen blühen und unser Charakter rechtschaffen und schön ist. Ich sehne mich danach, Charakterstärke zu sehen, die in der heutigen Welt, insbesondere bei Christen, fehlt. So wie Jesus zu sein. Jesus ist erstaunlich. Er ist freundlich, aber auch standhaft. Er ist demütig. Und trotzdem hat sich keiner getraut, ihn herauszufordern. Selbst die Jünger hatten oft Ehrfurcht vor ihm. Sie bewunderten ihn. Er zog sie magnetisch an. Man sagt oft, vor dem eigenen Kammerdiener ist niemand ein Held. Ein Kammerdiener war früher jemand, der dir half, dein Pferd zu satteln oder die Rüstung anzuziehen. Er hat dich Tag für Tag in all deinen privaten Momenten gesehen. Also war es fast unmöglich, in seinen Augen ein Held zu sein. Aber bei Jesu Jüngern gab es Zeiten, in denen sie sich nicht trauten, ihm Fragen zu stellen. Obwohl sie tagtäglich mit ihm zusammen waren. Sie empfanden eine tiefe Ehrfurcht und Bewunderung für ihn. Er war jemand, der Loyalität und Respekt einforderte. Er hat einfach zu hartgesottenen Fischern gesagt, folgt mir. Und sie haben alles stehen und liegen gelassen, um ihm zu folgen. Stell dir das mal vor. Was strahlte er aus, dass sie alles zurückließen, nur weil er sagte, folgt mir. Deswegen mag ich keine Filme oder Serien, die Jesus darstellen. Kein Schauspieler kann ihm wirklich gerecht werden. Wenn ich mir Filme oder Serien anschaue, die versuchen, Jesus darzustellen, sei es ein moderner oder ein cooler Jesus, dann kommen sie nie an das Bild heran, das ich in meinem Geist habe, wenn ich die Bibel lese. Ich sehe ihn majestätisch und edel wie die Zedern des Libanon. Und dann gibt es da diese Schauspieler, die meinen, sie wären cool. Aber eigentlich verderben sie das Bild nur. Das ist meine eigene Meinung. Aber ich wollte sie mit euch teilen. Ich denke, wir sollten echte Bewunderung für den göttlichen Charakter unseres Herrn Jesus Christus empfinden. In unseren Familienbeziehungen sollten wir, wie Jesus, ehrlich und freundlich zueinander sein. Manchmal ist es leichter, zu Fremden nett zu sein als zu unserer Familie, weil wir glauben, unsere Familie wird immer für uns da sein, was nicht stimmt. Wir setzen sie als gegeben voraus und werden im Familienumfeld unachtsam. Bevor man es merkt, wird man unhöflich, vernachlässigt die kleinen Höflichkeiten. Unsere Ehen, unsere Beziehung zu unseren Kindern und andere Beziehungen können daran zerbrechen. Und nur wegen unserer Ausdrucksweise. Ich bete, ihr entwickelt ein echtes Verlangen nach praktischer Heiligkeit. Es geht nicht um eine Heiligkeit, die sich über andere erhebt, sondern eine Heiligkeit wie die von Jesus, eine Heiligkeit, die auf andere attraktiv wirkt. Sogar Sünder fühlen sich zu Jesus hingezogen. Ich bete, dass du sein möchtest wie Jesus. Besonders heute, in diesen letzten Tagen, brauchen wir Menschen, gerade Männer, die wie er sind. Stell dir jemanden vor, der nicht von seiner Umwelt beeinflusst wird. Er gibt den Ton an und prägt seine Umgebung. Er ist mehr als bloß ein menschliches Thermometer. Er passt sich nicht einfach an, aus Angst, was andere von ihm denken könnten, oder um mehr Likes in den sozialen Medien zu bekommen. Aus Angst passen sie sich der Mehrheit an. Junge Leute, ihr habt eine rebellische Ader, die Gott in euch hineingelegt hat. Es ist nicht schlecht, wenn ihr das Verlangen habt, euch gegen Böses und Ungerechtigkeit aufzulehnen. Wenn ihr Ungerechtigkeiten seht, wie etwa Mobbing oder Kinderhandel, solltet ihr zornig werden. Die Vorstellung, dass Christen immer sanft und nachgiebig sind, das ist nicht das Bild von Jesus. Er hat die Tische der Geldwechsler umgeworfen, weil sie die Menschen ausgenutzt haben. Es ist richtig, wütend zu sein. Aber die Bibel sagt, sei zornig, aber in deinem Zorn sündige nicht. Manche denken vielleicht, ja, wir dürfen zornig sein, das ist mein Lieblingsbibelvers, dem leiste ich Folge. Aber es heißt, sei zornig, aber in deinem Zorn sündige nicht. Christen, die nie zornig werden und nur Sanftmut zeigen, spiegeln nicht wirklich Jesus wieder, oder? Ich möchte wie Jesus sein. Du sicherlich auch. Was wir suchen, ist echte Heiligkeit, nicht nur ein frommes Schauspiel. Preis sei Gott. Worüber soll ich heute predigen? Jedes Mal, wenn ich hier stehe, ist es so, dass der Heilige Geist in mir wirkt und spricht. Oft komme ich nicht dazu, meine vorbereitete Predigt zu Ende zu bringen. Aber was zählt, ist das, was der Heilige Geist durch mich zu euch sagt. Nicht das, was Joseph Prince vorbereitet hat. Wie geht's euch? Gut? Hat euch die Predigt letzte Woche gefallen? War sie nicht zu schwer? Erinnert ihr euch an den Teil, in dem ich sagte, dass man Freunde oder Familie warnen sollte, wenn man sieht, dass sie am Arbeitsplatz flirten? Ich hab das doch gesagt, oder? In unserer Gemeinde haben wir bestimmte Standards und es gibt Kritiker. Sie fragen, wo steht in der Bibel, dass man eine Frau nicht allein nach Hause begleiten soll? Bruder, die Bibel lehrt uns, dem Fleisch keine Gelegenheit zu geben. Wir raten unseren Gruppenleitern, nach dem Treffen bringt niemand jemanden vom anderen Geschlecht allein heim. Sprich's aus, Pastor Prince! Du könntest denken, ich habe nur ehrenhafte Absichten. Aber das ist nur der Anfang. Man sollte seinem eigenen Fleisch nie vertrauen. Auch Joseph Prince vertraut seinem eigenen Fleisch nicht. Ich würde einer Frau nie Seelsorge hinter verschlossenen Türen erteilen. Was könnte sie mir alles antun? Das war ein Scherz. Aber ich vertraue meinem Fleisch wirklich nicht. Wenn ich in sozialen Medien etwas sehe, was anzüglich wirken könnte, dann klicke oder wische ich sofort weg. Denn ich vertraue meinem Fleisch nicht. Ich melde mich dann einfach ab. Es ist gefährlich, Männer. Hier müsst ihr ansetzen. Wir sagen unseren Leitern, keine Einzelgespräche mit jemandem vom anderen Geschlecht hinter verschlossenen Türen. Und wenn ihr jemanden heimbringen müsst, dann sorgt dafür, dass der Letzte ein Mann ist. Oder eine 95-jährige Oma. Das ist hier unsere Praxis. Manche sagen, das sei altmodisch. Warum tust du das? Warum dieser Standard? Einfach aus diesem Grund. Man kann nie wissen, wann das Fleisch die Oberhand gewinnt. Vertraue nicht deinem Fleisch. Wenn ihr in einer Beziehung seid, wartet mit Intimität bis zur Hochzeitsnacht. Geschenke vor dem eigentlichen Anlass zu öffnen, das hat einfach keinen Reiz. Stellt euch Weihnachten vor und ihr habt euer Geschenk schon geöffnet. Ihr versteht, was ich meine, oder? Wenn nicht. Aber ich verstehe, Pastor Prince. Ihr seid wirklich zum Knuddeln. Seid ihr noch dabei? Könntest du bitte mit deiner Predigt beginnen, Pastor Prince? Ich bin auch schon mittendrin, oder? Das hat mir der Heilige Geist für euch aufs Herz gelegt. Die Predigt, die ich am Sonntag hielt, wurde schon vor einer Weile vorbereitet. Ich habe sie noch nicht einmal an unser Leitungsteam weitergegeben. Bis der Herr sagte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Also habe ich sie geteilt. Es ist Gottes Wort zur richtigen Zeit. Nun möchte ich dir einen Bibelferst zeigen. Er lautet, wie deine Tage, so sei deine Kraft. Gemeinsam. Wie deine Tage, so sei deine Kraft. Das steht im Gegensatz zu dem, was man uns normalerweise sagt. Kennst du das, wenn man zum Arzt geht und er dann sagt, ach, dieses Problem ist einfach Teil des Älterwerdens. Wer hat das schon einmal gehört? Bei allem Möglichen hört man, das ist normal im Alter. Für die Welt ist das die Norm. Mit zunehmendem Alter nehmen auch die Gebrechen zu. Wo sich die Tage mehren, mehren sich auch die Gebrechen. Für die Welt ist das normal. Aber diese Verheißung in der Bibel, und deshalb ist sie ja eine Verheißung, sagt etwas anderes. Gott möchte, dass wir sie ergreifen. Wie deine Tage zunehmen, Tage in der Mehrzahl. So sei deine Kraft. Du musst umdenken, deine Sichtweise ändern. Deine besten Tage liegen noch vor dir. Egal, wie alt du bist, deine besten Tage kommen noch. Deine besten Tage kommen noch. Preis den Herrn. So sei deine Kraft. So sei deine Kraft. Es gibt einen Japaner namens Shigeyaki Hanorarara, oder so ähnlich. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Jedenfalls, er war Arzt, und sein Vater war Christ und methodistischer Pastor. Er ist vor einigen Jahren im Alter von 105 Jahren verstorben. Als man ihn nach seinem Geheimnis fragte, sagte er, jeden Morgen Olivenöl. Lange bevor ich von ihm hörte, haben wir Pastoren das schon in den 1990ern in Israel gelernt. Er schwört auf Olivenöl. Ein weiterer Tipp von ihm, nimm die Treppe. Viele von uns nutzen den Aufzug, oder? Er sagt, geh die Treppe hinauf, selbst in seinem hohen Alter. Und er nahm immer zwei Stufen auf einmal. Versucht es erst mal mit einer, ja? Amen. Und wenn man online recherchiert, wird man selten lesen, dass er sagt, es sei sein Glaube. Doch es ist sein Glaube an Gottes Wort und das tägliche Lesen in der Bibel, das ihm Gesundheit geschenkt hat. Er war Christ. Aber das wird oft verschwiegen, denn die Welt möchte das nicht anerkennen. Ich habe einen koreanischen Freund, der kürzlich nach Südkorea zurückgekehrt ist. Vor seiner Abreise erzählte er mir von seiner Großmutter, die bald 100 wird. Sie liest immer noch die Bibel, geht in die Kirche und sagt ihm ständig, er solle zur Kirche gehen. Ich sagte ihm, das nächste Mal, wenn du sie besuchst, frag sie nach ihrem Geheimnis. Nach dem Urlaub erzählte er mir, sie hätte gesagt, lies die Bibel und trink viel Wasser. Seine Großmutter ist geistig noch sehr fit. Sie hat kein Alzheimer oder ähnliches. Man sagt ja oft, bei Männern sei es normal, dass im Alter die Prostata wächst und das Gehirn schrumpft. Akzeptiere das nicht. Ich sage, akzeptiere das nicht. Wie deine Tage, so sei deine Kraft. Das ist wirklich eine beeindruckende Verheißung. Doch schauen wir uns den Kontext genauer an. Ich denke, darin können wir einige Einsichten gewinnen. Gott will, dass du geistlich stärker wirst. Er möchte, dass du körperlich kräftiger wirst. Und er möchte, dass du moralisch stark bist, sodass andere dich anschauen und denken, so möchte ich auch sein. Es geht nicht nur um körperliche Gesundheit und Stärke. Was wirklich zählt, ist das, was in dir drinsteckt. Manchmal sieht man Frauen, die vielleicht schon über 70 sind. Aber sie strahlen eine Schönheit aus, die über das Alter und Make-up hinausgeht. Diese Schönheit wird nie verblassen, wenn du in deinem Glauben an Christus weiterwächst. Und es ist wahr, alles, was die Bibel uns rät, zu meiden, wenn du es trotzdem tust, alterst du schneller. Bist du ständig wütend, wirst du früher alt. Mit einem fröhlichen Herzen bleibst du hingegen jung. Ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. In Sprüche 17, Vers 22 steht, ein fröhliches Herz fördert die Genesung. Das hebräische Wort für Genesung ist Marpeh, was so viel wie Medizin bedeutet. Ein fröhliches Herz bringt dem ganzen Körper Leben und Gesundheit. Das ist mit Marpeh gemeint. Es ist wie Medizin. Und es ist eine gute Medizin. Aber denke daran, ein niedergeschlagener Geist kann zu Osteoporose führen. Das mag wissenschaftlich nicht bewiesen sein. Aber ich glaube fest daran, dass das die Weisheit Gottes ist. Er sagt uns damit, dass eine ausgewogene Ernährung und viel Milch allein nicht ausreichen, wenn unser Geist niedergeschlagen ist. In Sprüche 15 heißt es, Ein fröhliches Herz macht das Angesicht heiter, aber durch ein betrübtes Herz wird der Geist niedergeschlagen. Du siehst also, Kummer bricht den Geist. Und ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Man kann nicht einfach behaupten, dass es nur um den geistlichen Aspekt geht und der Körper keine Rolle spielt. Der Mensch ist ein Ganzes. Manchmal unterteilen wir fürs Verständnis und sagen, du bist ein Geist im Bild Gottes, hast einen Verstand, eine Seele und bewohnst einen Körper. Und eines Tages, falls Jesus nicht vorher kommt, wird dieser Körper zurückbleiben. Doch dein wahres Ich wird weiter existieren, entweder im Himmel oder in der Hölle. Die Bibel sagt, dass die Hölle eigentlich für den Teufel und seine Engel gedacht war. Doch diejenigen, die Jesus zurückweisen, werden sich dem Teufel in einem Ort ewigen Feuers anschließen. Das steht in der Bibel. Also, ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Und was verursacht diesen niedergeschlagenen Geist? Der Kummer des Herzens, wie in Sprüche 15 steht. Man mag jetzt denken, das sind alles Verse aus dem Alten Testament. Aber sie sind immer noch aktuell und Teil von Gottes Weisheit. Du möchtest ein Beispiel aus dem Neuen Testament? Hier ist es, 2. Korinther 7. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Es gibt nur eine Traurigkeit, die man haben sollte, wenn man zurechtgewiesen wird und sich schlecht fühlt. Es ist eine Traurigkeit, die zu einer Änderung der Einstellung in bestimmten Lebensbereichen führt. Und du wirst es nie bereuen, deine Meinung in diesem Bereich geändert zu haben, oder? Aber die weltliche Traurigkeit führt zum Tod. In der New King James Bibel wird es so formuliert. Göttliche Traurigkeit führt zur Umkehr. Weltliche Traurigkeit zum Tod. Denkst du, hier ist ein geistlicher Tod gemeint? Das sehe ich anders. Denn wenn man einmal gerettet ist, bleibt das auch so. Deine Rettung wird nicht aufgehoben, nur weil du traurig bist. Welche Art von Tod könnte also gemeint sein? Denk mal darüber nach. Die weltliche Traurigkeit ist tödlich. Daher versucht der Teufel, uns in Traurigkeit zu halten. Denk an den besessenen Mann aus Gerasa. Jesus überquerte den ganzen See Genezareth, um ihm zu helfen. Wenn man in Kapernaum sitzt, wo wir schon mal waren, kann man Gerasa auf der anderen Seite sehen. Und dieser Mann, der von so vielen Dämonen besessen war, schrie und weinte. Er weinte vor Qual. Ein Teil von ihm wusste, dass er nicht mehr er selbst war. Er fügte sich selbst Wunden zu und brüllte vor Qual. Es gab einen Teil in ihm, der noch wusste, dass er von einer anderen Macht übernommen worden war und er nicht mehr er selbst war. Heute sehen wir Ähnliches um uns herum. Es wird Zeit, dass wir uns wieder dem Geistlichen zuwenden. Und die einzige Antwort darauf ist Jesus. Mit nur einem Wort, Geh, Lech auf Hebräisch, trieb er die Dämonen aus. Die Dämonen fuhren in die Schweine. Die Schweine wollten das nicht und stürzten sich ins Wasser. Suizidgedanken, Depressionen und psychische Probleme sind ernste Themen. Warum gibt es trotz des Reichtums und der Bequemlichkeiten unserer Zeit, warum gibt es trotz all des Entertainments, wo nur alles einen Klick auf dem Smartphone entfernt ist, mehr psychische Probleme? Medikamente können helfen. Sie können die Symptome bekämpfen, sind aber nicht die endgültige Lösung. Die wahre Antwort liegt im Namen Jesus. Dämonen fürchten diesen Namen. Wie die Bibel sagt, vor dem Namen Jesus beugt sich jedes Knie. Hört ihr? Also, weltliche Traurigkeit führt zum Tod. Ein fröhliches Herz wirkt Wunder wie eine Medizin. Also sei froh. Und wo kann man am besten immer glücklich sein? Gründe finden, fröhlich zu sein, lachen, Scherze machen, lächeln. Zu Hause. Erinnere dich daran, wie oft du deine Frau zum Lachen gebracht hast, als ihr euch kennengelernt habt. Und dann, nach der Hochzeit, hat sie vielleicht mehr geweint als gelacht. Das war natürlich nur ein Scherz, dass du sie zum Weinen gebracht hast. Nein, Pastor Prince, no woman, no cry. Kennt ihr den Song? Aber jetzt mal im Ernst. Mir fällt ein Mann namens Norman Cousins ein. Du kannst mehr über ihn auf Wikipedia erfahren, aber schau später nach. Nicht jetzt. Norman Cousins war ein Professor, der später über seinen Heilungsprozess schrieb. 1964 wurde bei Norman nämlich eine seltene und fortschreitende Bindegewebserkrankung diagnostiziert. Die Krankheit wird als ankylosierende Spondylitis bezeichnet. Und was hat er getan? Er hat sich lustige Videos angeschaut, damals noch auf Videokassetten, und hat sich dabei kaputt gelacht. Dazu hat er noch viel Vitamin C zu sich genommen und gelacht und gelacht jeden Tag. Die Ärzte räumten ihm nur eine minimale Überlebenschance ein. Das kann man bei Wikipedia nachlesen. Doch durch sein Lachen und das Vitamin C hat er es geschafft, sich selbst zu heilen. So hat er Heilung erlangt. Wir als Gläubige haben da noch etwas Besseres. Freut euch im Herrn. Paulus erinnert uns. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss, wenn euer Pastor zu euch spricht und du denkst, das habe ich schon gehört, dann denk daran, es mag für dich manchmal wie Wiederholung klingen, aber es ist zum Wohl von uns allen. Denn durch die Worte Gottes finden wir Sicherheit und Trost. Für die Pastoren mag es manchmal lästig sein, immer wieder dasselbe zu sagen. Aber sie tun es, weil sie dich lieben und weil Gott dich liebt. Ziel ist, dass du dadurch Gewissheit erlangst. Preis den Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Es gibt da eine Geschichte, die sehr interessant ist. Es ist eine Geschichte, die mich besonders bewegt hat, als Gott sie mir zeigte. Schauen wir uns Matthäus 15 an. Einige verstehen nicht wirklich, was hier vor sich ging. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Sag mal, Tyrus und Sidon. Dieses Gebiet um Tyrus, ich zeige es euch mal, okay? Jesus ging von dort weg. Tyrus liegt direkt an der Küste. Seht ihr das? In der Nähe von Caesarea. Genau an der Küste von Caesarea und Sidon. Vom See Genezareth bis Tyrus. In der Bibel steht, Jesus zog von dort weiter. Man muss verstehen, er befand sich am See Genezareth, sehr wahrscheinlich in Kapernaum. Er und seine Jünger wanderten den ganzen Weg über Hügel und durch Täler, bis sie Tyrus erreichten. Das sind ungefähr 63 Kilometer. Das kann mehr als einen Tag dauern. Und das gilt für flotte Fußgänger. Über die Hügel und durch die Täler. Jesus könnte es an einem Tag schaffen, klar. Andere vielleicht in drei. Es ist eine ganz schöne Strecke und auf dieser Reise passierte, soweit wir wissen, kein Wunder. Vom Zeitpunkt, als Jesus den See Genezareth verließ, bis er in Tyrus ankam, gibt es keinen Bericht über ein Wunder. Tyrus war bekannt für seine unseligen Aktivitäten. Die Mehrheit der Menschen dort waren nicht Juden. Aber warum ging Jesus genau dorthin? Einige meinen, er wollte Zeit allein mit seinen Jüngern verbringen. Aber er hätte auch an einem ruhigen Berg eine stille Zeit haben können. Das hat er schon früher getan. Es gibt viele solche Orte rund um den See Genezareth. Aber er ging den gesamten Weg bis nach Tyrus. Und soweit wir wissen, gab es auf dem Weg dahin kein Wunder. Kurz gesagt, Jesus ging aus einem bestimmten Grund und für eine bestimmte Person dorthin. Hier ihre Geschichte. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Das ist schon merkwürdig, oder? Sie kam zu Jesus und sagte, ihre Tochter sei besessen. Es zeigt sich vor allem in ihrem Verstand. Und genau auf den Verstand zielt der Teufel ab. Ihm geht es nicht um dein Aussehen, sondern um dein Denken. Er ist nicht an deinen Muskeln interessiert, Lawrence. Er will deinen Verstand. Einmal habe ich gemeinsam mit Pastor Henry einen Dämon aus einer Frau ausgetrieben. Aus ihr sprach plötzlich eine männliche Stimme. Diese Stimme sagte mir wütend, ich will ihren Verstand. Sehr wütend. Ich will ihren Verstand. Ich will ihren Verstand. Der Teufel will deinen Verstand. Vielleicht merkst du, wie du manchmal gedanklich abschweifst. Mein Hauptthema zu Beginn des Jahres war der Verstand. Beschütze ihn. Viele Bücher zum Thema Geist, auch weltliche, werden dir da nicht wirklich helfen. Diese Dinge sind geistlich. Du benötigst eine stärkere geistliche Kraft, um sie zu bewältigen. Der Verstand ist das Schlachtfeld. Oh Mann, die Zeit verfliegt. Ich glaube, ich mache beim nächsten Gottesdienst weiter. Okay. Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Warum hat er ihr kein Wort geantwortet? Wie kam sie zu Jesus? Und was hat sie zu ihm gesagt? Schaut noch mal, was sie in Vers 22 sagte. Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Sie trat jedoch unter einem Vorwand an ihn heran. Sie war keine Jüdin, sondern eine Kanaaniterin. Und erinnert euch, was Jesus zu Beginn seiner Mission sagte. In Matthäus 10, nur fünf Kapitel vorher. Begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wenn jetzt jemand behauptet, dass alle Worte Jesu heute noch gelten, wie passt dann diese Anweisung dazu? Man muss die Evangelien im Kontext lesen. Vieles ist immer noch relevant für uns, aber der Zusammenhang ist wichtig. Die Briefe im Neuen Testament sind für uns heute geschrieben, aber einige Teile richten sich an andere Zeiten. Vieles ist für uns bestimmt, aber bestimmte Stellen wie diese gelten heute nicht mehr. Nach Jesu Tod war das Evangelium nicht mehr nur für Israel, sondern für alle Menschen. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium, sagte er. Zu Nikodemus meinte er, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Zurück zu Matthäus 15. Da sie unter einem Vorwand kam, sagte Jesus nichts. Seine Jünger kamen und drängten ihn. Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Oftmals waren die Jünger weniger mitfühlend und geduldig als Jesus selbst. Lass dich nicht von Christen entmutigen. Beurteile das Christentum nach Christus, nicht nach einzelnen Christen. Natürlich sollten wir gute Vorbilder sein, aber keiner von uns ist perfekt. Also lass dich nicht von ein paar Christen vom Christentum abbringen. Oft sind sie ungeduldig oder haben kein Verständnis. Doch ich verspreche dir, Jesus selbst, ist vollkommen liebevoll und geduldig. Aber warum hat er ihr dann nicht geantwortet, Pastor Prince? Weil sie nicht authentisch war. Wenn du dich verstellst, kann man schwerlich echte Zuneigung für dich empfinden. Wenn ich dich mag, während du dich verstellst, wirst du dich nie wirklich geschätzt fühlen. Wenn du jemanden datest und alles nur Show ist, wie kannst du dann sicher sein, dass du wirklich geliebt wirst? Erst wenn du deine Masken fallen lässt und zeigst, wer du wirklich bist und dann geliebt wirst, kannst du dich wirklich geschätzt fühlen. Jesus wollte sie genau an diesen Punkt bringen. Denkt daran, er hat den weiten Weg nur für sie zurückgelegt. Warum? Auf dem Weg ereigneten sich keine Wunder. Oft heilte er viele Menschen, wenn er von einem Ort zum anderen reiste. Aber auf diesem langen Weg, 63 Kilometer, vollbrachte er kein Wunder. Warum das Ganze also? Nur wegen dieser einen Frau. Sie sagten, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Aber er antwortete, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sein erstes Erscheinen galt also den Schafen Israels. Nach seinem Tod dann der ganzen Welt. Dann kam sie zu ihm und betete ihn an und sie ließ Sohn Davids weg. Dieser Begriff war damals den Juden vorbehalten. Wenn man Sohn Davids sagt, meint man den Messias, den die Juden erwarteten. Zuerst rief sie ihn als Sohn Davids an, gab sich quasi als Jüdin aus. Aber sie war keine, sie war eine Heidin. Jetzt ließ sie Sohn Davids weg, ließ die Maske fallen und bat, Herr, hilf mir. Jetzt denkst du vielleicht, na endlich, sie hat's geschafft. Aber dann kam von ihm, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Moment mal, wird er jetzt noch schärfer? Aber nein. Damals wurden die Heiden im Vergleich zu Israel als Hunde bezeichnet. Sie befanden sich außerhalb des auserwählten Volkes. Während Gottes Volk als Schafe gesehen wurde, galten nicht Juden als Hunde. Aber Jesus milderte den Begriff. Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Im Originaltext spricht er hier von kleinen Hunden, also Welpen. Es sei nicht recht, sagte er, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Welpen hinzuwerfen. Es war ein Gespräch zwischen einem Juden und einem Heiden. Der erste Bund galt den Juden. Und dann dieser Satz von ihm, dass man den Kindern nicht ihr Brot wegnehmen und es den Welpen geben sollte. Welches Bild gab er ihr da? Er zeigte ihr eine Art Schlupfloch, bevor es überhaupt ihre Zeit war. Bevor die Heiden all die Wunder und Segnungen Gottes nach Jesu Tod und Auferstehung genießen konnten, zeigte er ihr diesen Weg, auch wenn es noch nicht an der Zeit war. Er ließ sie ins Haus, nicht als Hauptgast, sondern als geliebten, kleinen Welpen. Und Welpen? Die müssen nichts Besonderes tun. Sie müssen keine Kunststücke vorführen oder für dich kochen. Sie müssen keinen Hotdog machen. Sie sind einfach süß, so wie sie sind. Manche Dinge oder Wesen bereiten uns Freude, indem sie einfach existieren. Blumen zum Beispiel, sie blühen heute und sind morgen vielleicht schon verwelkt. Aber in ihrer kurzen Zeit müssen sie nichts tun oder darstellen. Sie sind einfach nur sie selbst. Welpen sind genauso. Also hat Jesus ihr dieses Schlupfloch gezeigt. Ihre Antwort darauf? Ja, Herr! Und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Und dieses Brot der Kinder, wonach sie verlangte, was war das? Heilung. Jesus sagte nicht, man solle die Heilung nicht weitergeben. Er sprach vom Brot der Kinder. Heute sind wir nicht mehr außen vor. Wir sitzen direkt am Tisch. Das Brot her, bitte. Und die Butter dazu. Und das Olivenöl nicht zu vergessen. Was meint Jesus also mit Brot der Kinder? Sie bittet um Heilung für ihre Tochter, stimmt's? Amen? Und Jesus bezeichnet es als Brot der Kinder. Das ist wirklich spannend. Schau dir mal an, was Jesus antwortet. Sie hat gesagt, ja, Herr. Und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Eigentlich hätte ich das zuerst vorlesen sollen. Sie greift das Bild auf, das Jesus ihr gegeben hat und meint, und doch essen die Welpen die kleinen Krümel. Und wie reagiert Jesus? Oh Frau, dein Glaube ist groß. Du hast mich durchschaut. Du hast es erkannt. Glaube zeigt uns immer, wer Jesus wirklich ist. Du hast mich verstanden. Du weißt, wie ich ticke. Tatsächlich bin ich nur für dich so weit gereist. Aber ich wollte, dass du echt mit mir bist. Keine Masken. Und dann wirst du meine Liebe spüren. Ob er ihr gesagt hat, dass er nur für sie gekommen ist? Wer weiß. Aber wenn man sich die Strecke auf der Karte anschaut, 63 Kilometer bis nach Tyrus. Das Interessante, und damit komme ich langsam zum Finale. Ich hätte noch so viel auf dem Herzen. Seid ihr noch dabei? Der Herr möchte, dass du ehrlich bist. Wenn du nicht weiter weißt, dann bete nicht nur nach, was du mal irgendwo gehört hast. Sprich aus deinem Herzen zu ihm. Sei authentisch, okay? Beten wird so viel lebendiger, wenn du wirklich mit ihm ins Gespräch kommst. Sprich, was dir auf der Seele liegt. Erzähl ihm von deinen Ängsten. plappere nicht einfach das nach, was andere beten. Das ist nicht das, was Gott hören will. Er wünscht sich Ehrlichkeit. In einer Freundschaft spricht man nicht nur über Sonnenschein, oder? Sag ihm, Herr, heute ist einfach nicht mein Tag, alles läuft schief. Und der Herr wird dir antworten, vertrau mir, ich habe etwas für dich vorbereitet. Sei offen zu ihm, rede mit ihm, sag, Herr, ehrlich gesagt, würde ich dieser Person am liebsten in eine Knall. Und du denkst, der Herr wird sagen, wie kannst du so etwas denken, mein Sohn? Nein. Das ist genau das, was er hören möchte, weil du ihm nahe bist. Für die, die sich in der Theologie auskennen, ist es nicht befreiend, dem Herrn alles zu erzählen, was man fühlt? Er wird nie überrascht sein. Er wusste schon lange vorher, dass diese Frau dort weint. Da haben wir also Tyrus. Diese Stadt ist wirklich beeindruckend, aber auch voller Sündhaftigkeit. Sie erinnert an Sodom und Gomorra. Später sagt Jesus, wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Matthäus 11. Tyrus wurde von Alexander dem Großen, dem Erdboden gleichgemacht. Aber wusstet ihr, dass das ursprüngliche Tyrus eine Insel war? Seht ihr hier die Küste von Tyrus? Auf alten Landkarten gibt es hier ein zweites Tyrus, im Meer, direkt gegenüber. Dort war sogar eine Landverbindung zur Insel eingezeichnet. Diese Insel existiert heute nicht mehr. Und wer war für deren Zerstörung und den Bau des Dams verantwortlich? Alexander der Große. Als er heranzog, prallten die Tyrus-Bewohner, wir sind unbesiegbar, wir sind mächtig. Das brachte Alexander so richtig in Rage. Er begann, einen Damm zur Insel zu bauen, belagerte sie ganze sieben Monate und griff dann an. In Hesekiel 26 wurde prophezeit, dass Tyrus fallen würde. Und so geschah es mit der Insel Tyrus. Heute können Besucher immer noch einige Überreste des von Alexander gebauten Dams bewundern. Aber das liegt alles im Gebiet des Stammes Asser. Wir wollen uns mal eine Karte von Asser anschauen. Seht ihr? Das sind die zwölf Stämme Israels und ihre Territorien. Warum erzähle ich das überhaupt? Weil ich noch etwas Besonderes zeigen möchte. Passt mal auf. In 1. Mose 49, Vers 1 gibt es eine Prophezeiung von Jakob. Er sagt da, ich will euch verkünden, was euch in den letzten Tagen begegnen wird. Er hat alle zwölf Söhne zusammengerufen und ihnen von der Zukunft erzählt. Diese letzten Tage könnten sich von der Zeit Jesu bis zu seiner Rückkehr erstrecken. Die letzten Tage sind nicht nur die Endzeit, wie man vielleicht denkt. Es kann das bedeuten. Aber zum Beispiel auch, ich zitiere Hebräer 1, Verse 1 und 2, Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Was sind also die letzten Tage? Die des Gesetzeszeitalters. Gott hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, schreibt der Verfasser des Hebräerbriefs. Die letzten Tage beziehen sich hier auf die letzten Tage des Gesetzeszeitalters. Ein neuer Tag der Gnade hat durch Jesus Christus begonnen. Folgt ihr mir? Auf den Zusammenhang kommt es an. Vor einiger Zeit habe ich über die Segnungen Jakobs für die zwölf Stämme gepredigt, da ich eine Einsicht vom Herrn darüber bekommen hatte. Ich war total fasziniert von den Geschichten in den Prophezeiungen Jakobs, die schon im ersten Buch der Bibel, 1. Mose 49, auftauchen. Das war noch bevor Jesus auf der Bildfläche erschien. Er hat sogar die Ereignisse um Jesus vorausgesagt. Ich war so begeistert und musste das einfach mit euch teilen. Erinnert ihr euch noch? Wenn nicht, kein Problem. Ich mag dich trotzdem. In den letzten Tagen, schaut mal, ich zeige euch ein paar Beispiele, okay? Schau mal bei Assa. Fettes isst sein Brot und er gibt königliche Leckerbissen. Vor Assa steht Gat. Den Gat drängt eine Schar, aber er drängt sie zurück. In der King James Bibel heißt es, ein Trupp wird ihn niederwerfen. Kennt ihr das Gebiet von Gat? Schauen wir uns Gat mal auf der Karte an. Hier drüben, dieses helle Grün. Seht ihr das? Auf der anderen Seite des Sees Genezareth, bis zu seinem südlichen Ende. Daher leitet sich der Name Gadara ab. Der Mann, dem Jesus die Dämonen austrieb, als er den See Genezareth überquerte, stammte aus dem Stamm Gad. Es wirkt fast so, als hätte Jakob fast 2000 Jahre, bevor Jesus auf die Erde kam, über seine Söhne prophezeit und beschrieben, was in ihren Gebieten geschehen wird. Ich habe mich immer gefragt, was das alles soll, aber vor ein paar Jahren hat der Herr angefangen, es mir zu zeigen. Aber selbst da hatte ich noch nicht den vollen Durchblick, welcher Stamm zu welchem Teil von Jesu Geschichte passt. Ihr wisst ja, das Alte Testament steckt voller Hinweise auf Jesus. Es ist, als würde man seinem Kind ein Rätsel geben und fragen, findest du das? Siehst du das? Überall sind Hinweise versteckt. Wir finden Jesus an all diesen Stellen. Also, zurück zur Prophezeiung. Gad oder auch Gadara. Daher kommt auch der Name Gadaräischer Besessener. Und jetzt sagt euch das was? Ein Trupp wird ihn überrennen. Wie hießen die Dämonen? Genau, Legion. Das ist der Name einer römischen Einheit. Diese Legion wird ihn bedrängen. Aber letztendlich wird er siegen. Er siegte, aber nicht aus eigener Kraft. Er siegte durch Jesus. Er fand Frieden an Jesu Füßen. Klar im Kopf. Zeit mit Jesus verbringen, das bringt den Feind aus der Fassung. Dein innerer Frieden macht ihm zu schaffen, weil er will, dass du niedergeschlagen bist, traurig, mutlos. Er will, dass du ständig an negative Dinge denkst. Achte den ganzen Tag darauf, was in deinem Kopf vor sich geht. Die Bibel sagt, man soll über das nachdenken, was wahr, edel und lobenswert ist. Also lass den ganzen Quatsch weg. Dieser Typ, der die anderen geschlagen hat. Oder der andere, der im Straßenverkehr ausgerastet ist. Lass es. Es geht um deine Gesundheit. Und deinen Seelenfrieden. Und besonders im Internet sind die echt hinterhältig. Plötzlich taucht ein Bild von einer leicht bekleideten Frau auf, obwohl du gar nicht danach gesucht hast. Die wollen unsere Jungs süchtig machen. Also aufgepasst. Hast du ein Problem mit sozialen Medien? Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe ein Problem mit Leuten, die süchtig nach sozialen Medien sind. Und ständig das Leben von anderen begaffen. Du willst auf soziale Medien zugreifen? Überleg dir genau, was du suchst. Schau es dir an und dann wieder raus. Geh rein wie ein freier Mensch und komm genauso wieder raus. Wie oft will man in den sozialen Medien nur kurz was nachschauen und zack, lenkt irgendetwas ab. Das sieht ja spannend aus. Und ehe man sich's versieht, ist man weit weg vom Schuss. Am Ende fragt man sich, was wollte ich hier eigentlich? Kennt ihr das? Die Zeit ist einfach weg. Oder bin nur ich so? Überleg dir, was du suchst, hol's dir und dann raus da, okay? Gut, das war Gat. Und dann zu Naphtali. Naphtali ist wie ein freigelassener Hirsch. Er hat immer die richtigen Worte parat. Das klingt fast wie ein Evangelist. Evangelium bedeutet gute Nachricht, schöne Worte. Wusstet ihr, dass der ganze Bereich um den See Genezareth zu Naphtali gehört? Einige Teile hier gehören zu Sebulon. Aber die Gegend um zum Beispiel Kapernaum liegt in Naphtali. Der See Genezareth liegt in Naphtali. Und nur damit ihr Bescheid wisst, fast alle Jünger von Jesus stammten aus Naphtali. Als Jesus zum Himmel aufstieg, tauchten Engel auf. Sie schauten in den Himmel und ein Engel meinte, warum guckt ihr da hoch? Nein, so hat er es nicht gesagt. Er sagte, dieser Jesus, den ihr gerade habt verschwinden sehen, wird genau so zurückkommen. Also diese Vorstellung, die einige haben, dass Jesus im Jahr 70 nach Christus geistlich zurückgekommen ist, ist Quatsch. Denn in der Bibel steht, dass er genau so wiederkommen wird, wie die Jünger ihn in den Himmel auffahren sehen haben. Also körperlich. So wie ihr ihn habt gehen sehen, genauso wird er zurückkommen. Das hat der Engel gesagt. Erinnert ihr euch? Aber wie sprach der Engel die Jünger an? Als Männer aus Galiläa. Sie stammten aus Naphtali. Vielleicht ein paar aus Zebulon. Nur einer kam aus Judah. Ahnt ihr wer? Sein Name sagt schon. Judas. Judas Iskariot. Er stammte aus einer Stadt in Judah namens Keriot. Judas Is, beziehungsweise Isch, bedeutet Mensch. Also Judas Iskariot, im Grunde Judah, der Mann aus Keriot. Und was ist Keriot? Eine Stadt in Judah. Einfach eine Stadt. Im Vergleich zu Landeiern haben Stadtmenschen einfach mehr Tricks drauf, wie die in Singapur, oder? Nur mal so als Denkanstoß. Ist das nicht fast eine Prophezeiung über die Jünger und Jesu Wirken? Und noch eins. Josef ist ein junger Fruchtbaum. Ein junger Fruchtbaum an der Quelle. Seine Zweige klettern über die Mauer hinaus. Wenn von solchen Zweigen die Rede ist, geht es um die Trennwand zwischen Juden und Nichtjuden. Aber Jesus, er setzte sich an diesen Brunnen. Spannend, oder? Es wurde gesagt, dass es Jakobs Brunnen war. Jakob, der all das vorausgesehen hatte. Er prophezeite den zukünftigen Josef. Und Josefs Geschichte, die erzählt so viel über Jesus, stellt ihn dar wie keine andere Geschichte. Der himmlische Josef setzte sich in Johannes 4 an den Brunnen. Und eine Heidin kam zu ihm. Selbst wenn er erschöpft ist, reichen seine Segnungen über die Mauer, die Juden und Heiden trennt. Er bleibt segensreich, auch wenn er müde ist. Wir wissen aus Johannes 4, dass er müde war. Er ist ein fruchtbarer Zweig, selbst am Brunnen. Er segnet auch in der Erschöpfung. Aber warum sollte Jesus müde sein? Er ist doch Gott, fragst du vielleicht. Naja, er war in Menschengestalt hier, und Menschen werden nun mal müde. Es war eine ziemliche Strecke, die er zurückgelegt hatte. Und der Vers davor ist großartig. Er musste durch Samarien gehen, nur für diese eine Frau. Jesus ist nicht nur auf die Masse aus. Er hat ein Auge für das Individuum. Du bist für ihn nicht einfach nur ein Gesicht in der Menge. Er liebt dich. Amen? Okay, ich schließe jetzt hier. Wie oft habe ich das schon angekündigt? Ein, zwei, dreimal? Das ist jetzt die Nachspielzeit. Also, ich habe vor langer Zeit schon mal über Gad und Naftali gesprochen, als mir diese Erkenntnisse zum ersten Mal kamen. In vielen Bibelkommentaren findet man dazu nichts, weil es eine Einsicht war, die ich hatte, als mir der Herr die Augen öffnete. Ich finde es einfach toll, Jesus auch im Alten Testament wiederzufinden, selbst in den Segnungen, die Jakob seinen Söhnen gab. Seht ihr das genauso? Aber über Asser hatte ich damals nicht gesprochen, weil ich nicht verstanden habe, was Fettes ist sein Brot heißen soll. Also werfen wir noch mal einen Blick auf das Gebiet von Asser, das auch Tyrus und Sidon umfasst. Das ist Tyrus. Das gehört zum Stamm Asser. Und was ist dort passiert? Spielt die Prophezeiung auf irgendetwas an, was Jesus dort getan hat? Schauen wir uns noch mal Matthäus 15 an. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und was hat er dort gesagt? Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen. Was hatte Jakob über Asser prophezeit? Fettes ist sein Brot. Es ist heilendes Brot. Sogar ein Krümel hat gereicht, um den Dämon aus dem Mädchen zu vertreiben. Wenn du nur ein kleines Stück Brot beim Abendmahl hast, reicht das völlig aus, um beispielsweise Krebs aus deinem Körper zu verbannen. Vorausgesetzt natürlich, du erkennst, dass es den Leib des Herrn verkörpert. Diese Einsicht ist mir neu. Und ich wollte sie unbedingt teilen. Okay? Fettes ist sein Brot. In der Geschichte von Tyrus und Sidon, die zum Gebiet von Asser gehören, spricht Jesus genau darüber, über das Brot der Kinder. Und die Frau antwortete ihm, aber selbst die Hunde essen von den Brosamen, die vom Tisch des Herrn fallen. Seid ihr noch am Ball? Noch eine Runde? Nee, die Zeit drängt, oder? Aber ihr wollt's wissen, ja? Okay. Wirklich? Gut, dann ganz schnell, okay? Es gibt ja zwei Prophezeiungen über die zwölf Stämme Israels. Die eine von Vater Jakob, die haben wir eben schon durchgenommen. Und dann gibt's noch die von Mose. Mose hat über Asser gesagt, Asser ist mit Söhnen gesegnet. Er sei der Liebling seiner Brüder und tauche seinen Fuß in Öl. Das Öl kommt also auch vor. Deine Schuhe sollen von Eisen und Erd sein. Und wie deine Tage, so sei deine Kraft. Jetzt wird's interessant. Das ist nämlich im Segen von Asser verankert. Warum habe ich jetzt von einem fröhlichen Herzen gesprochen? Weil Asser glücklich bedeutet. Der Segen von Asser, das ist der Segen der Freude. Und wenn du froh bist, wird dein Brot reichhaltig und nahrhaft sein. Kein lausiges Knäckebrot, verstanden? Asser ist mit Söhnen gesegnet, sagt der Segen. Habt ihr bemerkt, die Geschichte von der Frau handelt ja von einem Kind. Asser ist mit Söhnen gesegnet. Also, du wirst dein Kind nicht verlieren. Er sei der Liebling seiner Brüder und tauche seinen Fuß in Öl. Das heißt, dein Lebensweg ist ein geistgeführter Weg. Deine Schuhe sollen von Eisen und Erd sein. Wisst ihr, wenn Leute den Himalaya oder andere schneebedeckte Berge besteigen, dann haben sie Spikes unter den Stiefeln. Aus Eisen und manchmal auch aus Bronze. Das sind keine Schuhe, unter denen du dich wiederfinden möchtest. Die sind knallhart, echt robust. Eisen ist megastark. Es zermalmt alles, wie die Bibel sagt. Und du ziehst los. In Lukas 10, Vers 19 sagt Jesus, Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Niedertreten ist das Stichwort. Also, Christ, bewegt dich. Wenn du stehen bleibst, wird nichts passieren. Die kommen immer wieder und nerven dich. Die gehen dir auf den Geist. Und dann verschwinden sie wieder. Hey, bleib in Bewegung. Weiterhin in die Kirche gehen. Bleib in Bewegung. Wenn du in Bewegung bleibst, sind deine Schuhe aus Eisen und Bronze und du wirst sie einfach platt machen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Da steht nicht nur, nichts wird euch schaden, das hätte ja schon ausgereicht, aber nein, er betont, nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Hört ihr? Gut. Dann zurück zur Prophezeiung im fünften Buch Mose. Wie deine Tage, so sei deine Kraft. Man kann das auf verschiedenen Ebenen sehen, auch auf einer körperlichen. Lauf. Sei nicht faul. Lauf mehr. Wenn du älter wirst, lauf noch mehr. Dein Arbeitsplatz ist hier. Und der Parkplatz ist voll. Super, dann hast du ja die Chance zu laufen. Lauf, lauf, lauf. So wie deine Tage sind, so soll auch deine Kraft sein. Ich erkenne eine kleine Weisheit darin, okay? Das ist nicht der Kern der Sache. Der geistliche Aspekt steht im Vordergrund, das weiß ich. Aber falls du es so siehst, umso besser. Wenn nicht, auch gut. Wie deine Tage, so sei deine Kraft. Jetzt schnell zum Ende. Ihr kennt sicher die Geschichte von Elia, der nach Tyrus geschickt wurde. Da erging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen. Mache dich auf und geh nach Zarpath, das bei Zidon liegt. Da haben wir wieder Tyrus und Zidon. Zu der Zeit saßen Isebel und ihr Mann Ahab in Israel am Ruder. Und was macht Gott? Schickt Elia ausgerechnet in Isebels Heimatstadt Zidon. Krass, oder? Und was passiert da? Ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Mitten in einer Hungersnot. Gott schickt Elia also dahin und sagt, eine Frau wird dich versorgen. Als er ankommt, sammelt die Frau gerade Zweige. Elia fragt sie, hast du was zu essen daheim? Sie sagt, nee, nix. Dann gib mir wenigstens etwas Wasser. Oh Mann, der will auch noch was zu essen. Ich habe echt nur eine Handvoll Mehl. Also wirklich nur eine Handvoll, klar? Hol mir ein bisschen Wasser, sagt er. Und während sie geht, ruft er ihr hinterher. Und bring mir auch ein bisschen Brot mit. Also wirklich nur ein klitzekleines Stückchen Brot. Was antwortet sie? Ich habe nur eine Handvoll Mehl. Kein Brot, nur Mehl. Aus Mehl macht man Brot, oder? Ein bisschen Öl hat sie auch noch. Ich sammle ein paar Zweige, um für meinen Sohn und mich was zu kochen. Dann essen wir das und sterben. Und was macht der Prophet? Sagt, keine Angst, mach erstmal einen kleinen Brotfladen für mich und bring den her. Zurück zu Vers 11. Was hat er gefragt? Bring mir einen Bissen Brot. Wer Ohren hat, der höre. Nur ein kleines Stück. Einen Brotkrümel praktisch. Bring mir ein Stückchen Brot. Einen Krümel. Wo spielt diese Geschichte? Im Gebiet von Asser, wo das Brot ja besonders nahrhaft sein soll. Halleluja! Wenn Gott mir solche Sachen zeigt, bin ich so aus dem Häuschen, dass ich mich kaum halten kann. Alles passt wie ein Puzzle zusammen. Als ich das vor vielen Jahren predigte, habe ich noch nichts von Asser und dem ganzen Kram verstanden. Gott muss euch echt lieben, oder? Sie hat also nur ein bisschen Mehl und ein kleines bisschen Öl. Öl, Leute! Was sagt 5. Mose 33? Er tauche seinen Fuß in Öl. Also erst haben wir Brot und dann kommt das Öl ins Spiel. Klar, Olivenöl. Ein Bild für den Heiligen Geist. Und die Frau sagt, ich habe nur ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl, damit ich und mein Sohn noch einmal was essen können. Und dann war's das. Und unser Prophet, Ganzmann Gottes, meint, dann mach erst mal mir was zu essen. Manchmal verstehen die Leute Gottes Wege nicht, zum Beispiel, wenn es ums Spenden geht. Ich sage euch ganz klar und deutlich, Gott kann man nicht übertrumpfen. Was du auch gibst, es kommt immer mehr zurück. Damit meine ich jetzt nicht die Abzocke, die manchmal im Namen des Wohlstands passiert. Es gibt den richtigen Weg. Wer großzügig ist, wird auch reich beschenkt. Man kann geben und noch mehr zurückbekommen. Man kann Gott nicht überbieten. Der Mann Gottes, Elia, sagt, back mir zuerst ein kleines Brot, hab keine Angst. Denn so spricht der Herr. Dein Mehltopf wird nicht leer und der Ölkug wird nicht ausgehen, bis der Herr es wieder regnen lässt. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch, samt ihrem Haus, viele Tage lang. Sie hörte auf Elia und sie, ihre Familie und Elia selbst, sie alle hatten genug zu essen. Während der gesamten dreijährigen Hungersnot, sie haben das Öl genommen, haben gegessen und sogar Olivenöl getrunken. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger. Kein Amazon, kein Online-Shop, nichts. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Wo hat sich diese Geschichte abgespielt? Im Land von Asser, der gesegneten Gegend Assers. Wird Öl erwähnt? Klar. Und Brot? Auf jeden Fall. Und noch was. Ein Kind spielt auch eine Rolle. Asser sei gesegnet mit Kindern, heißt es. In beiden Geschichten geht es um ein Kind. Einmal eine Tochter, einmal einen Sohn. Ich glaube, die Botschaft Gottes an uns ist, freut euch, denn ich werde eure Kinder segnen. Selbst wenn sie schon fast verloren scheinen, ich werde sie wieder aufrichten. Sie scheinen vielleicht im Vergleich zu anderen Kindern benachteiligt, aber wenn der Segen des Herrn dazu kommt, dann wird aus wenig ganz schnell viel. Jetzt könnte man denken, na toll, Gott hat diese Frau ausgesucht, um für Elia zu sorgen. Als er sie trifft, erwartet er sicherlich eine reiche Frau in einem großen Haus, die ihn rundum versorgt. Aber was findet er? Eine Frau, die den Boden wischt, nach Zweigen sucht und meint, sorry, ich gehe eh gleich sterben. Stellt euch das mal vor. Ich habe dir diese Frau geschickt, Elia, sagt Gott. Aber auf Gottes Art wird letztlich jeder gesegnet. Jeder. Und das Tolle daran ist, viele Jahre später zitiert Jesus genau diese Geschichte. In seiner Heimatstadt Nazareth erinnert er die Leute daran. Wisst ihr, zu der Zeit von Elisa gab es viele Aussätzige. Abschließend noch. Es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpath bei Zidon, dem Ursprungsort der bösen Isebel. Wenn Gott dir die Gelegenheit gibt, zu geben, dann ist das eine Ehre für dich. Er hat Großes mit dir vor. Du denkst vielleicht, warum ich? Warum sucht er sich nicht jemand anderen aus, zum Beispiel Pastor Mark? Es ist eine Ehre für dich. Er hat dich im Blick. Deshalb ist er die ganze Strecke von Galiläa nur für diese eine Frau gelaufen. Auch wenn er sie anfangs wegen ihrer falschen Töne ignorieren musste, er ist den ganzen Weg nur für sie gegangen, weil er sie liebt. Als Jesus das sagte, hat er ganz bewusst die Region Zidon erwähnt und gleich danach von Elisa gesprochen, dem Nachfolger von Elia. Er meinte, und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naaman, der Syrer. Diese Aussage sorgte damals für Ärger, weil es jeweils um Nichtjuden ging. Und zum Schluss noch etwas. Damit schließe ich nun wirklich. Ihr seid schlimm. Es dreht sich in beiden Geschichten um Gesundheit und Versorgung. Das Wort Reichtum kommt manchen vielleicht sauer hoch, also sagen wir einfach Versorgung. Jetzt passt auf, was hat die Frau aus Zarpath erhalten? Versorgung. Und Naaman? Heilung. Die Leute damals konnten diese Botschaft nicht ausstehen. Und auch heute wird sie oft abgelehnt. Die Gnade hat diesen Menschen, die sie eigentlich nicht verdient haben, also den Heiden, genau diese Gaben gebracht. Schaut euch nur an, wie die Leute reagiert haben. Jesus hat Naaman, den Syrer, als Beispiel genannt, und sofort waren alle außer sich vor Wut. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten, und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Sie wollten ihn runterstoßen. Und dann tat er das. Das ist das Ende der Predigt, Leute. Er ging einfach durch ihre Reihen hindurch. Kommt, gebt Jesus einen Applaus. Also, wer jetzt gehen muss, kann das tun. Geht hinaus und bringt die gute Nachricht zu den Armen. Holt euch den Segen von Asser. Steht auf, ich möchte euch mit dem Segen von Asser segnen. Seid glücklich. Seid glücklich. Freut euch vor allem im Herrn. Norman Cousins hat sich versteckte Kameravideos angeschaut, um zu lachen. Aber wir haben etwas noch Besseres. Wir können uns im Herrn freuen, mit unseren Liebsten. Lernt wieder zu lachen. Lacht mit eurer Frau, mit eurem Mann, mit euren Kindern. Macht euch das Leben nicht schwerer, als es ist. Und redet nicht immer nur über ernste Themen oder, Gott bewahre, nur über Politik. Lernt zu lachen. Macht Witze miteinander. Lacht sogar über die Witze eures Partners, auch wenn sie noch so flach sind. Es ist wie das bisschen Mehl. Macht etwas daraus. Lacht über die Witze eurer Kinder. Seid nicht immer so ernst. Und übrigens, wenn ihr Christen trefft, die Theologie-Professoren oder was auch immer sind, dann ist der Test, ob sie wirklich im Einklang mit dem Herrn leben und wirklich heilig sind, die Freude. Der Segen von Asser wird euch begleiten. Und auch die Gesundheit wird nicht fehlen. Vergesst also nicht zu lachen, okay? Ein neues Gebot lege ich euch heute ans Herz. Lacht. Lacht. Und lacht noch mehr. Hebt eure Hände. Ich meine das ernst. Ich meine das ernst, wirklich. Eure Lebensfreude ist der beste Schutz. Freut euch im Herrn. Freut euch im Herrn. Schau, wie wunderbar er ist. Wir leben in einer Welt, in der Menschen, zu denen wir aufsehen, immer wieder versagen. Das ist nichts Neues. Abraham hat versagt. David hat versagt. Wir sollten den Blick von all dem abwenden und uns auf Jesus konzentrieren. Den einzigen, der nie enttäuscht. Er ist durchweg liebenswert. Warum hat er all das auf sich genommen? Warum kam er die unfassbare Strecke vom Himmel zur Erde? Weil Gott dich liebt. So einfach ist das. Warum hat er die Qualen, die höllischen Schmerzen und unsere Sünden auf sich genommen? Weil er dich über alles liebt. Und warum hast ausgerechnet du die Schönheit des Kreuzes erkannt, während so viele andere das nicht getan haben? Weil Gott dich wirklich liebt. Du genießt heute ein gesegnetes Leben, reich an Gottes Wort. Und das alles, weil Gott dich liebt. Du hast also allen Grund, dich im Herrn zu freuen. Für die kommende Woche wünsche ich dir den Segen Assas. Aus dir und deiner Familie wird reichhaltiges Brot kommen, das vielen verlorenen Seelen Nahrung bieten wird. Du und deine Kinder, ihr werdet im Geiste durch die Woche gehen, als würdet ihr eure Füße in Öl tauchen. Eure Wege werden sicher sein, so als wärt ihr mit Eisen- und Bronzeschuhen unterwegs. Keine dunkle Macht wird euch etwas anhaben können. Also habt keine Angst. Und jetzt verkünde ich euch diesen Segen. Und der gilt nicht nur für die Älteren unter uns, sondern auch für die Jüngeren. Der Segen Assas. Je mehr Tage du hast, desto mehr Kraft sollst du haben. Im Namen Jesu. Und alle sagen Amen. Ein Letztes noch. Wenn du Jesus in dein Leben aufnehmen möchtest, bete einfach dieses Gebet mit. Jesus, ich bekenne, dass du mein Herr und Retter bist. Du bist für meine Sünden gestorben und ohne sie wieder auferstanden. Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. Preis den Herrn. Gott segne euch alle. Amen. Amen.